Ja, dann fange ich gleich einfach an, wenn die Autos weg sind. Und los geht's. Jetzt ist es wieder Zeit. Scheiße. Herzlichen Glückwunsch. Aus inzwischen, oh Mann, Alter. Oh Gott. Jetzt geht's los. Aus bekannten Gründen können wir natürlich nicht unseren Döner-Talk in der... Ach so, ja stimmt. Uh, yeah. Hi. Hi. Sagst du mir nicht Hallo? Es tut mir leid, komm nochmal und dann wird's besser. Hi. Hallo. Hallo. Danke. Danke. Jetzt kommt der inzwischen ehemalige Landrat des Landrat... Lalalala. Was habe ich jetzt falsch gelesen? Jetzt aber keine Sorge. Wir schauen uns nicht alte Folgen Allgäuer TV innen an. Ha, hein, ha? Was? Zusammen haben wir über ihre Nein. Ich rede voll den Scheiß. Warte, lass kurz stehen. Lass kurz stehen. Okay, ich krieg's hin. Achso, ich muss schon anfangen. Oh, meine Fresse.